Die Zahnarztpraxis Schönfelder vereint aktuelle Innovationen der Zahnmedizin mit der Präzision moderner und traditioneller Zahntechnik. So entsteht in unserem eigenen Labor unter größter Sorgfalt Ihr individuell gefertigter Zahnersatz. Bereits seit drei Generationen stehen wir mit Erfahrung für herausragende Expertise und einfühlsame Betreuung. Für uns das Wichtigste, Ihr Vertrauen. Schon von Anfang an werden unsere Patienten, ob Erwachsener oder Kind, über jeden Schritt informiert. Das freundliche Personal und unsere kompetenten Zahnärztinnen sind stets an ihrer Seite. Wir bieten professionelle Zahnreinigung, ästhetische Zahnfüllungen wie Mehrschicht-Dentintechnik, Keramikinlays und individuell gefertigten Zahnersatz. Dabei kommunizieren Zahnärztinnen, Patient und Zahntechniker in einzigartiger Weise. In direkter, detaillierter Zusammenarbeit entsteht vor Ort präzise gefertigte Prothetik, Keramikkronen und Brücken, vollkeramische Restaurationen und Implantatversorgung. Wir kümmern uns um Ihre Zähne, damit Ihre Zähne in Perfektion erstrahlen können.